Willkommen zum freundlichsten, weil sonnigsten Tag der ganzen Woche bis zu 12 Sonnenstunden. Die gibt es heute, besonders in Richtung Berlin-Brandenburg, aber auch sonst bis rüber nach Niedersachsen. Rund 10 Stunden Sonnenschein noch entlang der Donau und auch am Hochrhein und Richtung Breisgau. Da könnten wir knapp zweistellig werden und das ist dann insgesamt wirklich ein sehr schöner Eindruck nur an den Alpen. Und im Nordwesten und Westen, da bleibt es ein bisschen drüber. Da haben wir nämlich ein paar Wolken. Im Westen ist es am Vormittag tatsächlich da noch mit am schönsten. Da sind nur wenige Wolken dabei, aber vom Saarland her, da schieben sich schon ein paar Wolken herein. Und dann sehen wir das natürlich, hier sind schon auch noch ein paar Schauer und teilweise besonders im Nordosten, also an der Ostseeküste, ein paar Gewitter dabei. Aber wenn wir uns mal die Niederschlagsvorschau angucken, da kommt sie, dann sehen wir, das ist wirklich nicht viel. Die betrifft wirklich nur die Küstenregion und dann haben wir hier so einen Streifen von Berlin-Brandenburg runter bis etwa ins nördliche Baden-Württemberg. Da kann es hier und da wirklich nur mal ein bisschen schauern. Das Ganze zieht dann zum Nachmittag langsam nach Osten, lebt dann zum Nachmittag kurzzeitig mal auf. Besonders ein Thema für die Bergregion. Ansonsten trocken, trocken, trocken an den Küsten ein bisschen was. Und das beschäftigt uns erst am Abend, also blenden wir das mal ganz schnell weg. Zum Nachmittag merken wir aber schon, dass hier eine Front aufkommt, die Wolken werden ein bisschen dichter. Sehr viel Sonne weiterhin hier im Osten und im Alpenvorland. Die Schauer, wie gesagt, nur ein Thema für die Bergregionen. Die Temperaturen sind aber doch ein bisschen verhalten. Die Sommermarke von 25 Grad verfehlen wir knapp. Ab an die 24 gibt es im Südwesten, besonders an den Küsten und an den Alpen bleibt es frischer. Und hier ist auch der Wind noch recht spürbar im Norden mit Stärke 5 im Mittel, in Böen auch mal 6 bis 7. Und dieser Wind treibt die eben schon gesehenen Regenfälle voran. Die kommen ja am Abend dann im Westen an und das heißt nichts Gutes für den Donnerstag im Osten. Da bleibt es noch länger trocken, ansonsten wird das ziemlich grau und nass.